So, ja, das ist jetzt mal eine kleine Zeitreise zurück in die 90er Jahre. Das ist ein Business Notebook von Compaq, ein LTE 5280 inklusive Dockingstation. Damals für Privatleute unerschwinglich, da hätte man sich dann lieber ein Auto gekauft. Mit CD-ROM und mit Diskettenlaufwerk und hinten mit LAN-Anschluss. Und da kann man so wunderbare Spiele wie das alte SimCity mitspielen. Das ist ja die allererste Version. Geh weg. Aber man hat auch das komplette Office-Paket, kriegt man auch bei Ebay für 10, 15 Euro. Ich habe meins sogar neu original verpackt bekommen. Und Windows 98 auch, ganz billig, auch für den 10er. Und hier, dann bekommt man auch noch sowas wunderbares, nämlich ein Psyon Revo ist das hier. Na, das reflektiert so. Ein Organizer, auch damals richtig teuer, um die 700 DM. Und den kann man auch synchronisieren. Morgen muss ich zum Beispiel zum Friseur. Und das habe ich hier jetzt auch stehen, Friseur. Und man kann also mit wenig Geld, denn ich habe insgesamt, also für den Revo habe ich nicht mal 20 Euro bezahlt. Und der ist wie neu. Mit Netzteil und allem. Man kann also insgesamt für, naja, für 100 Euro, sag ich mal, kann man richtig einen tollen Rechner inklusive Betriebssystem und Software, also richtig gute Software. Das ist gut, alte Word zum Beispiel, Excel und Access und so weiter. Kann man das bekommen und es läuft wunderbar richtig schön schnell. Und vor allen Dingen kann man auch halt, wie gesagt, die alten Spiele, die unter DOS laufen, kann man dann nochmal genießen. Und für kleines Geld. Und die Tastatur, das ist ja bei allen Business-Rechnern, die haben eine sehr gute Hardware. Also ich habe noch nie so eine gute Tastatur gehabt wie diese hier. Die schreibt sich wunderbar. Also nicht zu weich, nicht zu hart. Optimaler Druckpunkt. Und sieht auch klasse aus. Natürlich musste ich den erstmal stundenlang mit Alkohol säubern. Jetzt ist er wie neu. Aber der war richtig dreckig. Und hatte so Schabspuren, so schwarze, so irgendwo hängen geblieben oder so ähnlich. Und jetzt ist er halt tadellos sauber. Und er macht richtig Spaß. Hier hat er auch Infrarot hier vorne. Und auch diese alten Mäuse, die noch mit Kugel, da habe ich zwei Stück für 4 Euro bekommen. Nagelneu, original verpackt. Ja, das ist PCMCIA, aber 1.1. Also das alte aus den neuen Karten passen da leider nicht. Die sind nicht kompatibel. Vielleicht kann man da irgendwie einen Treiber noch besorgen. Schönes Gerät. Und verbraucht 28 Watt in der Dockingstation.